Ja, mein Kursziel für Tesla liegt wirklich bei 5.300 Dollar. Ich habe mich nicht verschrieben. Elon Musk hat mich nicht bedroht oder für dieses Video bezahlt. Macht mich das zu einem Tesla-Fanboy scharf? Schau mein Video und entscheide selber. Das Kursziel ist das logische Ergebnis meiner Analyse. Heute erfährst du, wie ich zu diesem Kursziel komme. Ich erkläre dir, warum Tesla der aktuell sicherste Ten-Bagger der Welt ist. Aber bitte denk dran. Dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Inhalte können komplett falsch sein. In der Börsenwelt wird gerne diskutiert, welche Aktie das neue Amazon werden könnte. Börsenzeitschriften kramen irgendwelche Buden hervor, von denen noch niemand von uns etwas gehört hat. Ein paar Monate später spricht niemand mehr über das Unternehmen. Oh Wunder, Amazon ist das neue Amazon geblieben. Es gibt kein neues Amazon. Ich werfe jetzt für dich ganz exklusiv einen Blick in meine Börsenglaskugel. Psst, schließ die Tür und erzähle es bitte keinem weiter. Oh Börsengott, welcher Autobauer wird das neue Tesla sein? Tesla wird das neue Tesla. Ich finde diese ganzen Diskussionen um die neue Amazon extrem unsinnig. Vor einigen Jahren galten Autobauer als starke Industrie. Daimler war ein solider Dividendenzahler. Vom alten Glanz ist wenig übrig geblieben. Der Aktienkurs ist in die Tiefe gestürzt und dümpelt vor sich her. Die Aktie kommt höchstens als Turnaround-Kandidat in Frage. Nur noch Aktionäre, die im letzten Jahrzehnt stecken geblieben sind, bezeichnen Daimler als stabilen Dividendenanker. Der Bart vom ehemaligen CEO Dieter Zetsche ist wohl der einzige Stabilitätsfaktor im Unternehmen. Trotzdem würde ich Tesla niemals als das neue Daimler bezeichnen. Tesla hat die Autobranche durch Elektroautos aufgewühlt. Daimler war für ganz andere Qualitäten bekannt. Ich muss leider in der Vergangenheitsform sprechen. Die deutsche Autoindustrie befindet sich offensichtlich in der Krise. Doch zum Glück gibt es Hoffnung. In Wolfsburg wurden zuletzt enorme Fortschritte erzielt. Als einziger deutscher Autohersteller hat man den Ernst der Lage tatsächlich erkannt. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Volkswagen startet dieses Jahr eine Elektroauto-Offensive. Die beiden Modelle ID.3 und ID.4 sollen Elon Musk das fürchten lernen. Wie es sich gehört, wird ordentlich ausgeteilt. Erst kürzlich bezeichnete VW-Marketing-Chef Jochen Senkpiel Tesla als eine Nischenmarke für Millionäre. Die beiden Vollstromer sollen ein neues Zeitalter für VW einläuten. Sie sollen erschwinglich und natürlich sehr modern sein. Volkswagen verspricht sich einen sehr hohen Absatz. Doch werfen wir einen Blick hinter die Werbetrommel. Das Branchenmagazin Auto, Motor und Sport hat ein ID.3 getestet. Der Test ist sehr freudig ausgefallen, aber leider nur für Tesla. Der Volkswagen ID.3 konnte nicht überzeugen. Laut dem Fachmagazin soll das Fahrzeug erheblichen Nachholbedarf haben. Elektronik und Verarbeitung sind stark nachbesserungsbedürftig. Immerhin konnte das Modell kürzlich mit einer hohen Reichweite punkten. Eine einzige Ladung hat für 531 Kilometer ausgereicht. Das ist ein sehr starkes Ergebnis. Leider konnten im Test nicht einmal annähernd 500 Kilometer erzielt werden. Im Eco-Modus schaffte das E-Auto nur 359 Kilometer. Mit Autobahnen und Stadtfahrten packte es nur 260 Kilometer. Das ist ernüchternd. Der Listenpreis des getesteten ID.3 liegt übrigens bei 49.000 Euro, abzügig der Umweltprämie von 9.480 Euro. Ich fasse zusammen. Volkswagen macht große Aussagen. Man möchte schwingliche und moderne Elektroautos bauen. Preislich fängt der Spaß übrigens ab rund 35.580 Euro an. Mit dem Umweltbonus wird es um bis zu 9.480 Euro günstiger. Mir gefällt die offensive Strategie von Volkswagen sehr gut. Man spuckt große Töne. Dafür hat man allerdings heftig eingesteckt. Auto, Motor und Sport hat die Motorhaube heftig zerkratzt. Tesla lacht sich bestimmt insgeheim ins Fäustchen. Während die Konkurrenz so langsam in den Markt einsteigt, plant Tesla erhebliche Kostenoptimierungen. Eine neue Batteriezelle soll deutlich billigere Elektroautos ermöglichen. Herr Senkpiel sollte sich diese News ganz genau durchlesen. Tesla ist nämlich keine Nischenmarke für Millionäre. Ganz im Gegenteil. Musk möchte sich immer mehr auf den Massenmarkt fokussieren. Die alten Autobauer werden erst dann zur Konkurrenz, wenn sie jedes ihrer Modelle, wirklich jedes einzelne, wahlweise als Verbrenner oder Elektro anbieten. Aktuell ist man noch ganz, ganz weit davon entfernt. Die ersten Vollstromer kommen nur langsam und gemäßlich auf den Markt. Tesla fährt seine Konkurrenz nicht nur davon. Ich sage es einmal sehr provokativ. Tesla fokussiert sich auf das, was wirklich zählt, wenn die Konkurrenz noch immer ein Pferdekutschen herumbastelt. Ich bin kein Ingenieur, sondern einfach nur ein Finanzjournalist. Meine Aufgabe besteht in drei Punkten. Erstens logisch, ich recherchiere Infos. Zweitens, bei diesen Infos suche ich nach Kritikpunkten und stelle logische Versammenhänge her. Und drittens, aus diesem ganzen Infobrei forme ich ein Fazit bzw. eine Prognose. Ich beherrsche kein technisches Know-how wie ein Ingenieur. Das brauche ich aber auch gar nicht. Stattdessen schaue ich mir die Meinungen von Spezialisten im jeweiligen Fachgebiet an. Ich recherchiere dann intensiv, wie die Aussagen zu bewerten sind. Manche Experten arbeiten für die Konkurrenz oder für eine Lobby. Die Aussagen solcher Experten sind dann extrem kritisch zu bewerten. Es wird sehr oft nur in eine bestimmte Richtung argumentiert. Deshalb finde ich den Sinneswandel von Sandy Munro umso spannender. Er ist einer der renommiertesten Experten in der Fertigungsindustrie. Munro hat mit globalen Automobilherstellern und Zulieferern zusammengearbeitet. Aktuell ist er als CEO bei Munro und Associates tätig. Es ist ein Ingenieur-, Forschungs- und Beratungsunternehmen. Er ist darauf spezialisiert, technische Produkte kritisch zu unterfragen. Um es kurz zu machen, er kann die aktuelle Entwicklung in der E-Mobilität kompetent einschätzen. Dieses Zitat von ihm finde ich extrem spannend. Laut Munro ist Tesla seine Konkurrenz in wichtigen Kernbereichen um 5 bis 10 Jahren voraus. Der spannendste Punkt kommt aber erst jetzt. Munro und Associates hat vor 2 Jahren einige Model 3 Fahrzeuge erworben. Danach hat man die Fahrzeuge komplett zerlegt und analysiert. Das Ergebnis dieser Analyse war vernichtend. Munro sagte damals, das Model 3 würde scheitern. Nun argumentiert er aber komplett anders. Er spricht von einem technischen Vorsprung. Es gibt keine höhere Auszeichnung, wenn Kritiker plötzlich zu Befürworten werden. Um Tesla zu verstehen, musst du hinter die Kulissen blicken. Tesla ist nicht nur ein simpler Autobauer. Elon Musk möchte zahlreiche Branchen auf den Kopf stellen. Genau daraus ergibt sich die Fantasie der Aktie. Tesla möchte ein autonomes Autofahrzeug anbieten, das du als Robotaxi für dich arbeiten lassen kannst. Elon Musk möchte seine Starlink-Satelliten für eine Internetverbindung nutzen. Die Batterie an sich bietet auch sehr viel Fantasie. Sie ist quasi das Herzstück von Tesla. Vor einigen Monaten machte Elon Musk seinen Wettbewerbern ein spannendes Angebot. Sie können sich die Batterie von Tesla lizenzieren lassen. Das heißt Tesla oder ein Partner von Tesla liefert die Batterie. Man wird zum Zulieferer. Das technische Know-how bleibt natürlich bei Tesla. So wird die Konkurrenz in eine technische Zwangsjacke gesteckt. Deshalb ist kein großer Wettbewerber auf dieses Angebot eingegangen. Aktuell wäre das auch grauenhaftes Marketing. Die Elektromobilität befindet sich gerade erst am Anfang. Stell dir vor, Volkswagen würde Batterien von Tesla beziehen. Damit würde man sich sein eigenes Versagen offen zugestehen. Die medialen Prügel wären gewaltig. Der Wettbewerber würde zugeben, dass er bei einer Konkurrenzautomarke einkaufen muss. Er kriegt es nicht mit seinen eigenen Zulieferern oder selbst hin. Am 22. September fand der letzte Battery Day von Tesla statt. Dort werden erreichte Ziele und Pläne für die Zukunft vorgestellt. Diese Statistik finde ich besonders spannend. Sie zeigt die Vorteile der vertikalen Integration. Dabei werden vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsstufen in ein einziges Unternehmen eingegliedert. Einfach gesagt, anstatt auf zahlreiche Zulieferer zu setzen, macht Tesla möglichst viel selbst. Das ist eine Lektion aus 2016. Damals gab es erhebliche Lieferprobleme beim Model X. Man bezog tausende von Teilen von hunderten an Zulieferern. Es fehlte hier und da plötzlich an Teilen. So verzögerte sich der Bau der Autos. Das bewog Elon Musk zum Nachdenken. Er versucht seitdem möglichst viel selbst zu machen. Teslas Fabrik für Autositze befindet sich zum Beispiel nur ca. 4 km vom Werk in Fremont entfernt. Kommen wir wieder zu dieser Statistik zurück. Sie zeigt die Vorteile, die sich durch die vertikale Integration bei den Batterien ergeben. Die Kosten pro Kilowattstunde sollen um 56% gesenkt werden. Das soll zum Beispiel durch ein neuartiges Zelldesign und durch moderne Zellfabriken geschehen. Die Maßnahmen tragen zu 54% mehr Reichweite bei den Autos bei. Außerdem sinken die notwendigen Investments pro Gigawattstunde. Diese Ausgaben sollen um starke 69% sinken. Ein Beispiel hierfür ist eine neue Konstruktionsmethode. Tesla möchte in Zukunft auf eine spezielle Aluminiumligierung setzen. Sie besteht aus einem einzigen Vorder- und einem Hinterteil. Die Batterien können dann ohne stabilisierenden Strukturen eingesetzt werden. Die vertikale Integration ist der Erfolgstreiber der Zukunft. Natürlich arbeitet Tesla nach wie vor mit Zulieferern zusammen. Das ist wichtig. Die Nachfrage nach Elektroautos sollte die nächsten Jahre explodieren. Allein kann Tesla diese ganze Nachfrage nicht bewältigen. Panasonic fertigt zum Beispiel Lithium-Ionen-Batteriezellen in Teslas Gigafactory in Nevada. Tesla verarbeitet sie dann zu Akkupacks für seine Autos weiter. Die Kosteinsparungen werden langfristig die Profitabilität von Tesla deutlich erhöhen. Das ist ja aktuell ein Punkt, den Kritiker sehr gerne auspacken. Tesla würde viel zu wenig verdienen. Die Konkurrenz hat nur einen Ausweg. Man muss sich zusammensetzen und an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. So könnte man wie Tesla von der vertikalen Integration profitieren. Das ist überlebensnotwendig, wenn du dir einmal diese Prognose ansiehst. Im Vergleich zur Branche kann Tesla die Kosten deutlich effektiver senken. Das ist kein kleiner Vorteil wie ein hübsches Design. Deutlich niedrigere Batteriekosten sind für Elektroautos entscheidend. Die restlichen Autobauer könnten den gleichen Weg wie Tesla gehen. Sie tüfteln und werkeln an den einzelnen Batteriekomponenten. Anschließend bauen sie jeweils ihr eigenes Netz auf. Doch diese Lösung ist auch keine Lösung. Tesla hat nämlich einen gigantischen technischen Vorsprung. Dieser gigantische Vorsprung muss erst einmal aufgeholt werden. Was bringt es einem Autobauer, in fünf Jahren eine Batterie zu haben, die vielleicht so gut wie die heutige Tesla-Batterie ist? Hm? Genau, nichts. Das Teil kauft doch niemand. Im Endeffekt sehe ich nur einen einzigen Ausweg. Die Konkurrenz wird eine Lizenz für Teslas Batterien erwerben müssen. Damit verdient Tesla nicht nur an den eigenen Autos. Man verdient fleißig an anderen Elektroautos mit. Das wird nicht von heute auf morgen kommen. Das ist Zukunftsmusik. Doch genau das ist das langfristige Kurspotenzial. Elon Musk packt immer wieder gerne neue Ideen aus. Nicht alle gehen auf, aber doch so einige. Genau deshalb sehe ich den Wäcker Potenzial. Mein Kursziel liegt wie gesagt bei 5300 Dollar. Sollte es weitere Splits wie kürzlich geben, muss man das entsprechend umrechnen. Bei meinem Kursziel gehe ich davon aus, dass Tesla seine Batterieproduktion erheblich erhöhen kann. Musk hat da sehr ambitionierte Versprechen gemacht. 2022 möchte er 100 Gigawattstunden liefern. 2030 sollen es 3 Terawattstunden sein. Wir sprechen dann nicht nur von Gigafactories, sondern von Terra-Factories. Der Plan ist extrem ambitioniert und wird zeitlich angezweifelt. Das ist verständlich, denn die Zahlen sehen unglaublich aus. Musk benötigt 5 Verdopplungen von 2022 und in 100 Gigawattstunden ausgehend. Der menschliche Verstand wird bei solchen Zahlen schnell misstrauisch. Doch du musst das wie die Computertechnologie sehen. Vor 20 Jahren hatte ich als Kind einen USB-Musikplayer. Ich konnte dort starke 50 Lieder einspeichern. Dann war er voll. Heute kann man darüber nur müde lächeln. Selbst billigste Modelle schaffen tausende an Liedern. Man kann bequem sein Smartphone nutzen. Die Speicherkapazitäten und Rechnerleistungen sind explodiert. Ähnlich wird es Tesla mit seiner Batterieproduktion machen. Hier siehst du nochmals die Prognose. Wenn Musk seinen Plan zeitlich erfüllen kann, wird die Entwicklung ungefähr so aussehen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von 52%. Die Umsätze sollten parallel mit wachsen. Gehen wir hier ebenfalls von 52% aus. Die Umsatzkurve würde folglich um den Faktor 30 explodieren. Das ist natürlich hoch spekulativ. Es kann alles ganz anders kommen. Tesla hat die letzten Jahre jedoch ganz gut abgeliefert. Manchmal hat Maske länger benötigt, aber er hat immer geliefert. Für mein persönliches Kursziel habe ich nur die Batterieproduktion herangezogen. Da haben wir bekanntlich einen Faktor von 30. Ausgehend von 400 Dollar kommen wir auf unglaubliche 12.000 Dollar. Das ist natürlich extrem grob gerechnet. Man müsste in der aktuellen Situation eine mögliche Tech-Überbewertung vom Markt abziehen. Deshalb habe ich diesen Wert auf 5.300 Dollar mehr als halbiert. Bei dieser Überlegung ist nur das Umsatzpotenzial der Batterien enthalten. Es gibt aber noch das Robo-Taxi-Netzwerk, Batterien per Lizenz, Solar und vieles, vieles mehr. Maske hatte sehr viele Ideen. 10 Jahre bis 2030 sind eine sehr lange Zeit. Wer weiß, was Maske da sonst noch Neues einfällt. Hm, vielleicht Flugzeuge mit Tesla-Batterien? Warten wir einmal ab. Ob er das tatsächlich warm macht, ist mir am Ende egal. Solange er die Aktionäre und Fans bei Laune hält, wird der Kurs immer weiter und weiter ansteigen. Fantasie ist die Butter der Wall Street. Musk hat Fantasie-Butter in Containern gehortet. Die geht ihm so schnell nicht aus. Deshalb habe ich dieses hohe Kursziel ausgerufen. Bisher hört sich alles sehr positiv an. Aber natürlich gibt es auch Kritikpunkte. Mein positives Szenario hängt sehr stark an diesen drei Punkten. 1. Tesla wächst weiterhin sehr stark. Davon gehe ich sehr stark aus. Wir haben hier ein starkes Megatons-Unternehmen mit großem technologischem Vorsprung. Selbst als reiner Autobauer ist noch reichlich Wachstumspotenzial vorhanden. 2. Elon Musk muss seine Versprechen, oder wenigstens einige davon, früher oder später tatsächlich wahrmachen. Tesla sollte sich zum Beispiel als Zulieferer für Batterien entwickeln oder seine Idee mit den Robotaxis und das autonome Fahren anbieten. Das Kurspotenzial ergibt sich aus den Zusatzleistungen, die ich gerade erwähnt habe. Als reiner Autobauer gibt es zwar Kurspotenzial, doch das ist doch eher deutlich beschränkt. Die Aktie wird erst dann zum Ten-Bagger, wenn Elon Musk seine Versprechen erfüllt. 3. Tesla geht bis zum Erfüllen der Ziele nicht pleite. Darüber mache ich mir aber keinerlei Sorgen, auch wenn dieser Punkt öfters von den deutschen Medien ausgeschlachtet wird. Das größte Risiko sehe ich eindeutig in Punkt 2. Früher oder später muss Elon seine Extrapläne wahrmachen. Eine Wachstumsaktie lebt bekanntlich von ihrem Wachstum. Geht das Wachstum verloren, wird sie knallhart von Aktionären abgestraft. Das ist auch logisch. Als Aktionär zahle ich aktuell für Tesla einen sehr hohen Preis. Ich zahle dafür, dass Elon seine Versprechen erfüllt. Dann und nur dann ist Tesla aktuell ein Kauf. Ich lese zuletzt öfters, dass Tesla nicht mehr wächst. Dieser Post wurde in meiner Facebook-Gruppe Aktienlounge geschrieben. Den Link zur Gruppe findest du unten im ersten Kommentar. Dieses Argument geht komplett an jeglicher Börsenlogik vorbei. Keine Ahnung, wer es aufgeworfen hat. Ich musste es die letzten Tage aber verdammt oft lesen. Dabei wird vom Profit ausgegangen. Wachstumsunternehmen definieren sich jedoch über ihr Umsatzwachstum. Und über nichts anderes. Die Umsätze müssen fleißig wachsen. Ob dabei die Gewinne mitwachsen, ist in der Startphase komplett egal. Das Unternehmen muss seine Marktstärke erhöhen. Es muss sich im Markt etablieren. Es muss seine Marktdominanz ausbauen. Ob es dabei grüne oder rote Zahlen schreibt, ist komplett egal. Tesla ist zwar kein junger Startup mehr, doch Musk verhält sich genauso. Er wirft ständig neue Ideen auf, die man irgendwann realisieren möchte. Klappen die Ideen, besteht gigantisches Aufwärtspotenzial. Tesla muss aktuell keine großen Gewinne schreiben. Es muss nur das Potenzial bestehen, in Zukunft große Gewinne zu schreiben. Tesla hat die letzten vier Quartale grüne Zahlen geschrieben. Die Gewinne wachsen aktuell nicht mit den Umsätzen mit. Doch das ist weniger schlimm. In Zukunft sollten die Kosten sinken und die Batterien immer effizienter werden. Dann sollten die Gewinne stärker ansteigen. Tesla befindet sich in der Entwicklungsphase. Es ist kein stabiles Value-Unternehmen wie Johnson & Johnson oder Nestle, wo man bereits seine etablierte Produktkette hat. Experten wie Sandy Munro bewerten die Autos aber bereits jetzt als profitabel. In Zukunft sollten die Gewinne stärker nachziehen. Als Investor möchte ich aktuell keine Gewinne bei Tesla sehen. Okay, Gewinne sind ganz nett, aber ich muss sie nicht unbedingt sehen. Die sind absolut zweitrangig. Ich möchte technologischen Vorsprung und erfüllte Ziele sehen. Der Aktienkurs könnte jedoch durch neue Aktien verwässert werden. Tesla hat die Anzahl der Aktien in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Das ist natürlich ein Kursdämpfer. Würde Elon morgen eine Kapitalerhöhung mit 50% mehr Aktien ankündigen, wäre das sehr schlecht. Das wäre ein Indikator für gravierende finanzielle Probleme. Doch Tesla erhöht die Anzahl der Aktien relativ konstant und auch relativ langsam. Deshalb macht mir das keine Sorgen. Das größte Risiko sehe ich darin, wenn Elon Musk unerwartet versterben sollte. Das ist dramatisch, aber das ist ein Punkt, den man auf der Hand haben sollte. Er ist nämlich der Erfolgsgerand des Unternehmens. Er macht Tesla zur Religion. Wegen ihm wird in YouTube intensiv über E-Mobilität diskutiert. YouTube-Kanäle wie HyperChange sprechen nur über Tesla. Solche Kanäle wachsen sehr schnell in sechsstellige Höhen. Das ist quasi kostenloses Marketing und Branding für Tesla. Elon Musk gewinnt keine Kunden. Er gewinnt treue Fans, die ihm aus der Hand fressen. Ohne ihn würde Tesla erheblich Schaden nehmen. Gesundheitlich gibt es aktuell jedoch keine Gerüchte. Deshalb mache ich mir bei diesem Punkt keine Sorgen. Er macht auf mich auch keinen Eindruck, dass er von Tesla weg möchte. Jetzt bleibt nur noch eine einzige Frage offen. Warum sehe ich Tesla aktuell als sichersten Ten-Bagger? Es ist zum einen dieser religiöse Kult, den ich gerade beschrieben habe. Tesla ist keine Automarke. Es ist eine Religion, die zufällig Autos herstellt. Als reiner Elektroautobauer passt Tesla hervorragend zum aktuellen nachhaltigen Zeitgeist. Ob Elektroautos wirklich umweltfreundlich sind, darüber lässt sich streiten. Da kann man über Lieferketten und die schädlichen Materialien in den Batterien diskutieren. Doch Elektromobilität steht gerade erst am Anfang. Klar sind Verbrenner besser aufgestellt. Sie wurden jahrzehntelang verbessert. Lieferketten und alles drum und dran wurde jahrzehntelang optimiert. In spätestens einem Jahrzehnt sollten Elektroautos ohne Wenn und Aber ganz klar umweltfreundlicher sein. Im Gegensatz zu irgendwelchen Startups bringt Tesla bereits Magenstärke mit. Die ganze Welt kennt Tesla. Das allein ist ein gigantischer Wettbewerbsvorteil. Tesla ist der Autobauer. Das Unternehmen steht für Innovationen und den Willen, sich immer mehr und mehr zu verbessern. Ich würde die Markenstärke mit Apple vergleichen. Da hat man auch seine Fanboys. Die holen sich wie Schafe das neueste iPhone für über 1000 Euro. Wie kann man bitteschön über 1000 Euro für ein einziges Smartphone ausgeben? Ich kann es nicht verstehen. Ian Musk sollte inzwischen über spannende Kontakte verfügen. Er lässt seine Gigafabriken auf der ganzen Welt bauen. Liebe Grüße nach Grünheide und zur Gigafactory Berlin-Brandenburg. Du musst Tesla rational betrachten. Von außen wird Tesla so ein bisschen wie der kleine Rebell, der gerade erst angefangen hat. Man verkauft kaum Autos und möchte sich irgendwie in der harten Autobranche festbeißen. In der Realität ist Tesla kein winziges Unternehmen. Elon Musk expandiert aggressiv. Tesla wird nicht mal eben pleite gehen. Mach dir da bitte nichts vor. Dafür ist Musk viel zu gut politisch vernetzt. Außerdem bringt man einen gigantischen technologischen Vorsprung mit. Tesla ist nicht nur ein Autobauer. In Zukunft sollte es weitere Produkte geben. Elon Musk möchte ein super effizientes HVAC-System herausbringen. Das Kürzel HVAC steht für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Diese Systeme machen einen großen Teil des häuslichen Energiebedarfs aus. Diese Produkterweiterung wäre ein logischer Schritt für Tesla. Man könnte zum Beispiel die hocheffiziente HEPA-Luftfilterung der Tesla-Fahrzeuge heranziehen. Das Fildersystem sorgt selbst bei katastrophalen Bedingungen für eine gute Luftqualität. Diese Punkte machen Tesla zum aktuell sichersten TenBagger. Zeigen wir bitte schön ein anderes Unternehmen in dieser Größenordnung, das eine ähnliche Markenstärke und genauso viel Zukunftsfantasie wie Tesla aufweist. Schreibt mir das bitte unten als Kommentar. Ich mache dann sofort ein Video zu dieser Aktie. Amazon, Apple, Facebook und wie sie alle heißen, sind hochspannende Aktien. Tesla bietet aber deutlich mehr Kursfantasie. Dafür schwankt der Aktienkurs aber auch deutlich stärker herum. Als Anleger musst du bei dieser Aktie starke Nerven mitbringen. Wenn du an einen baldigen Börsencrash glaubst, solltest du mit deinem Investment abwarten. Die Aktie ist stark volatil und kann im Crash stärker einbrechen. 20, 30 oder 40% würden mich da nicht wundern. Wenn du dir nicht sicher bist, kommt dein Sparplan als Alternative in Frage. Und in der Beschreibung habe ich dir meine Broker-Favoriten verlinkt. Prüfe nach, ob du bereits beim besten Broker bist. Dir hat das Video gefallen? Dann unterstütze meinen Kanal und gib mir jetzt ein Like. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen. Sorry, dass ich die letzten Wochen nicht regelmäßig Videos gebracht habe. Wie du siehst, habe ich in meinem Studio gearbeitet. In ein paar Wochen plane ich wieder, mindestens zwei Videos die Woche rauszubringen.